Ja 1, 2 ist da Wir werden jetzt erst mal durch den Garten durchlaufen Was ist denn Garten durch? Ja wir werden durch einen riesigen Garten durch Was bringt das? Was bringt das? Du siehst du alle Dinge sind Ich nehm das was ganz links ist ok Mach du das ganz rechts Also viele fallen oder sonst irgendwas drin oder? Äh es sind einige Gläser Ich bin drastener Höhö drastener Höhö drastener ja Höhö drastener ja Höhö drastener Hey eine Treppe Bin drin Hey da ist ein Bomben Ding Kommt unten Hörter Fatsch Höhö drastener Ja genau ich stell jetzt mit dem Kamin drin Sehr überzeugend wie es möglich sein Ja Hä. Was macht ihr da eigentlich? WTF Schau mal das Schau mal das Schau mal das Keine Ahnung wo das entgegen ist Hey! So ein Zufall! Wo bist denn du? Wo der Reif ist denn da weg? Ich hab keine Reifen Ich bin dort irgendwo unter Reifen und sage ich Ah, ich bin dort nicht Nein, ich bin irgendwann im Vorhof, wo das entgegen wird Allerdings alle anscheinend noch sehr nah 3... 10 Meter Was willst du? Maustur HAUSER Was willst du? Ich mach einen Bunny Hopping Versteck dich ein bisschen Ich geh unter dir selbst meine Ja So Tom, ich komm jetzt Nicht heißen, nicht heißen Nein Das ist der Lesepunkt Ja Ich bin im Gebäude gespawnt Nein, schlecht Statt dass ich mit dir spawnen würde Geh, jetzt muss ich das Ding immer schnell machen Machs und haulen weh Ja, genau GENAU Wo bin ich denn jetzt? Wie bist du denn rum weißt? Ich hab keine Ahnung Schade einfach, dass du da hinkommst Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Wir haben jetzt H, K, H, K, K Dauert Ich hab keine Ahnung borbe Ich hab keine Ahnung Und seine Atucha Schwing BUCK Schmuck Nicht so schlimm Hä,ился da auch nicht beim Meten zu hier bless dir, dass er das Exactitus würde und dahn ist eh wenig Rechte los Hä, hab' einigeses Hä, ho 늑 im Deckel Ist das gut, Alter ? Aber ich hab' oft keine ahme, wie ich da Carrickon muss war nicht schlecht, aber ah, jetzt sind wir glaube ich durch die Dinger, durch die Korrektur naja jetzt zeig mal mit dir ah ah, geil wo kann man denn raus super da ist auf jeden Fall eine Atomraketen mitten im Weißenhaus wow ha scheiße ist wurscht jetzt sind wir im Statenhaus ja toll, jetzt bin ich irgendwo im Innenhof hey ein Aufzug extravagant und das ohne Knob noch besser ja ja das Ding ist halt dass es irgendwie so ein explosiv fein ist das Ding ist halt das Ding ist das Ding ist das Ding ist das Ding ist move so ist nicht das Ding ist das Ding ist das Ding ist das Ding ist Jetzt will ich im verregneten Innenhof Tritt mal raus! Jetzt will ich gleich für irgendwas Explodierenden und Luftgeock Ja, ich bin oben Ich fände jetzt einfach mal durch Ha, Dinger Wo bin ich? WTF Genau Der baut in die Lüftungsschacht Ja, der Ding ist an der automatischen Dinger Irgendwie Soll ich beruhig oder so Genau Noch besser, ich haufe nur eine scheiß dickige Wintersleppette Danke, so nervt Ja, manche größtes Fick, möge ich also Ja Stirb, du Sau Tarsat Kommt eine Lasse, irgendwo sie geteckt wird Der steht von mir Hörer 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 Der Hose schießt mit Granaten zu Die Fixen, die Granaten wuchsen nicht auf seinen Kupfer-Afrikaden Ey, ich bin im Treppenhaus So schnell schon So schnell viel Druck Gut, detekt-detektet Du hast ja sonst nicht haha, Iteration eyyy, komm jetzt da rein ich brauch das Ding, bitte wo bin er, ich? Timnet noch Consume das ist ja wohl die Absicht bestellt Ja. Das ist wie mir so. Ich habe nur geschlossen. Du hast das Kabel nicht? Es ist kaputt. Ich bin im Treppenhaus und das ist jetzt schrötelt. Hier gehts schon im Treppenhaus. Ich bin irgendwo Hey! So Hey cool Ist ja wohl irgendein Ding Mit einer explodierenden Mine Hey Ach komm Hey Ich kann nicht langsamer hingehen Hey Ich kann nicht langsamer hingehen Der Halt steht vor der Kamera Ey Ich mach den nicht mehr So der ist geil, der wird's geil Der wird's geil sein Ja Ja Hupf halt Du kannst ja 5 Spionen nehmen Und 2 Den haben wir glaube ich 2 Ich machs einfach mal wieder in Leeroy ok Ne 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 Warte Ich bin geschlagen Schmier geschlagen Ich bin schon wieder geschlagen Ich bin schon wieder geschlagen Ich steig grad den Dornzannen Hahahaha 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 Der liegt unter mir Hahahaha Du bist zu Sau Was war's das hier? Hahahaha Oh, spinni doch Hahahaha 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 Der hat jetzt was Hahahaha 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 Also irgendwie gibt das ganze Konziden Ja, muss ich mal reden Häh, wo bin ich jetzt? Ja, ich Was soll das? Jetzt bin ich wieder irgendwo gesporned Ich kann es auch auskennen Jetzt hab ich gleich wieder die Büchsen Ich mach das mal Gar nichts Dann bin ich einfach irgendwo, wo es einer ringt Ja, aber ich hab das Ja Ich kann die Büchsen durch Ja Ja Wahnsinn Ja Geh mal rein Jetzt hat sich der Aufdruck nicht funktioniert Und da ist der Treppenhaus Congratulations Congratulations You made it You made it Woof I have been detected WTF, man fressst alles unter mir Hö, ich mach nicht, sie Ich finde da mal, ich muss nicht, ey Ich muss das nicht Ich muss das nicht Ich mach das jetzt einfach Ich mach das jetzt einfach Ja Hö, ich bin mit Ich muss das nicht Ja Ich muss das nicht Es dauert nur eine halbe Sekunde und alles ist halt mit der Luft gejogt Komm nicht, komm nicht Komm nicht, komm nicht Entschuldigung Schau nicht aus, wirst du nicht Hast du auch Hohlstuff, oder was? Ja, wirst du nicht, wirst du Ich möchte schon gescheit Ja, wie spielt es von